Herzlich Willkommen und wir befinden uns hier gleich in meinem kampf jetzt macht's BÄM Gratia der ist mir wurscht Aber schau euch mal an was es jetzt macht der Bratia Jetzt macht's nämlich einmal Na, er macht noch ein bisschen den Tebas, da weißt du sie sind ja fies Eins, zwei, drei, vier Und jetzt haben wir diese verdammten Viecher bezwungen Verstehe ich mich einfach so an, ich hab jetzt einfach mit Max immer die ganze Illumina rausgehauen Nun gut, was ist ja eigentlich los Leute Äh, außer dass der Max sich beim letzten Mal ein bisschen aufregen musste Weil die Gegner so stark und so unfair waren Haben wir, äh, hier, äh, gleich zwei Sidequests abgeschlossen Wir haben mit Luca hier ihre ultimative Waffe erschaffen Und dann haben wir uns hier in die Vergangenheit bewegt Dort haben wir Mages alten, äh, Ziehvater, muss man ja leider so sagen Ähm, Ossi bezwungen Und, äh, nun, äh, ist auch in der Gegenwand die Mystics und die Menschen eigentlich gut zueinander So, jetzt, äh, haben wir ja etwas ja noch, ähm, mit einem seltsamen Geist gehört Und ich denke mal, da sind wir hier in den Ruinen richtig Äh, zumindest die Geister, die da sind, die machen schon sehr viele Probleme Jetzt muss ich nur nochmal meine Party anpassen Und zwar Mali muss natürlich rein, denn ohne Mali geht gar nichts Ich glaube, mit der Party werden wir das Spiel abschließen Aber wenn ich es beim ersten Mal mit Robo abgeschlossen habe Ich denke, das ist eine gute Idee Robo ist halt echt ein Tank halt einfach Das ist natürlich schon cool Aber, ähm, so bin ich zufrieden So, deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal um Wo, was wir hier so machen können Aber da ist ein großes Loch Unten ist auch ein großes Loch Cool Ich denke, es ist mal wieder Zeit, auf Informationssuche zu gehen Denn, äh, so kommen wir schon wieder nicht weiter So, reden wir nochmal hier wieder mit den Menschen hier im Café Wie sieht's aus? I wish Toma would stop, put her for a change My Jews have been stoned I can't get any work done now Toma Hey Maxi I finally got a little rainbow shell But there's something odd going on Oh, can you hang on this for me? Toma's pop Okay If I don't return, come to my grave And pour this one on my headstone Gee, isn't it morbid? Okay Then is a girl, a beast was seen carrying something into the northern ruins treasure perhaps So, also muss ich jetzt Werkzeug irgendwie hier Besorgen, oder sehe ich das jetzt falsch? Weil wenn sie Werkzeug haben, können sie reparieren Okay Der sauft sich aber leider die Hucke voll Und so kommen wir nicht an unser Werkzeug So Also hier ein Pikachu, was der da stehen hat Sieht fast so aus Nun gut, dann Würde ich mal sagen Machen wir das, was wir eigentlich immer machen Wenn man nicht genau wissen, was wir tun sollen Wir steigen auf die gute Epoch Und fliegen Reisen In die Zukunft So Zack Nicht ins Jahr 1999 So wie wir es beim letzten Mal auch fast um ein Haar gemacht haben Da hat sich der gute Laubus gefreut Da hat er nämlich seinen kommenden Untergang verändert Und das wohl mehr gar nicht So Mehr sind Männer So Das selber her von Runes Structure damage is severe Der ist an all structure in the north Jetzt bin Ruin for ages Ja genau, kann ich nicht mal jemand reparieren Der Black Omen Sparkers in the South One should be clear to Finde ich eigentlich lustig Die Black Omen Also das, was die Inzwischen 13.000 Jahren hier schon hergestellt haben Fliegt da In der ganzen Zeit Und kein Also Wer oder weniger Kein interessiert Das ist gut Hey, bring him some soda Sir, I think you had enough sugar today Bab dad, I tell you when I have enough Can you see I love soda? You wanna borrow my tools? Be my guest I'm busy So Get them from my wife Girl Soda So good My husband's never around I'm gonna Show him Who's boss Next time Pow Right in the kisser What Is tools Oh Hold on They're right here Okay Immer die beste Devise ist Wenn du es nicht weißt Reiß einfach In die Zukunft Und schaust dir da an So Dann wieder in die A600 Und wenn wir Glück haben Langt es jetzt Also da oben Ach Leute Das wird wahrscheinlich Das Grab sein Oh nein Unser guter Freund hier Der sich nach der Rainbow Stelle Umgeschaut hat Sie ist weg Schau ich dir so Thomas Offen Find Rainbow Okay Thomas Wird sterben You got some Toos Here There We lent him To the body Ja Freilie Hat es jetzt Repariert Oder Thanks for lending me Any new tools Now I can finally get to My work I guess I start with the roots Come on you lazy bugs Whatever say boss Eins Zwo Drei Vier Fünf Lustig 400 Jahre Wird im selben Haus Dasselbe Gewerbe gemacht Zufall Oder Schicksal Nun gut Jetzt Ich denke Jetzt müssen wir In die Zukunft Erst wieder reisen Oder Die werden jetzt Erst wieder sein We're done for now We can't repair The spots Where the monsters Hide Call us after You get rid of them We do the rest Come on you lazy bugs Whatever you say boss Welche monster Achso Okay Es geht weiter Done Mach mal die doch auch platt Spooky Spooky geister Zieg Ich mag keine geister Die einen schlag Von mir überleben Soll ich nicht einfach Wieder meinen luminars Bermachen Muss ich die vielleicht Mit paketöten Weil der eine liegt Der toter Boden Und Na jetzt ist er ganz weg Alter Ich bin so Zack 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 Und die Geschwindigkeit Können die Gegner Nochmal mithalten Naja Aber hier kann ich Keinen luminarspeyer machen Weil Das Ding ist Ich weiß ja nicht Was noch kommt Und wenn nicht Dass der gute Max Dann keine MP mehr hat Aber die Dinger Halten schon Vier Haus Na ja Dann hauen wir einfach Drauf Oder Was Alter die Gegner Die langweilen In dem Spiel So hart Man inzwischen Einweder sie Klauen mit meinen ganzen MPs Oder Sie machen Attacken Dass ich nur noch Ein Leben hab So richtig lustige Sachen halt Tonics Bam Eins Zwo Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Dreizehn Dürzehn Fünfzehn Sechzehn Siebzehn Achtzehn Neunzehn Zwanzig So Zwanzig Tonics Und schon Für die wieder gesund Gut Neuer Plan Luminar Geht's alle weg Lass Maxi Da vorne kämpfen So mag ich das Lasst ihn einfach Den Deppen Davon Erkämpfen Eigentlich müssen wir Luca jetzt In die Party Tun Und Luca und Robo Weil mit Den haben wir Überpowerte Waffen Jetzt bekommen Wird wahrscheinlich Leichter gehen Aber ich finde es eigentlich Ganz interessant Ich finde mit Mages Noch Um da nochmal Ein, zwei Worte zu sagen Sehr schade Dass wir dann nicht noch Ein bisschen mehr Bekommen Geschichte bekommen Mages Mages ist ja hier Versucht die zu töten Ich meine klar Sein Ziel Ist eh Lauer Trotzdem So Spawnen Na die Geister Sind nicht Nachgespawnt Aber ist jetzt hier Auch der Na hier haben sie Nichts repariert Faule Geister So Muss jetzt wieder Zu denen hingehen Oder So Monster sind besiegt Ihr könnt weiterarbeiten Können keine Zwei Minuten warten Oder Muss ich das ja Jetzt schon bezahlen Ey Das ist ja Kulturgut Wird das nicht Vom Staat finanziert Muss ich mal mit Meiner guten Freundin Der König hier reden Oder Könnt ihr überhaupt Noch zum Garderkönig Gleich Das ist wieder Eine Frage Für einen anderen Tag So Wird einfach Das wird langsam Und heute Sache Muss ich mal zwei Gegner besiegen Und dann Und dann Äh Sind die wieder Fertig hier Mit der Arbeit So Da kommen wir Irgendwann An die Kiste Dann gehen Was haben die denn gemacht Ich hab doch die Gegner Bezwungen Oder Oder Etwa nicht Naja Okay Jetzt gehts hier unten weiter Ihr könnt Wissen auch nicht Wo ihr lang Wollt Geh Cyrus Der fool Who Challenged Majors Wird noch Majors Mitnehmen müssen Cyrus Wait I I I The Queen Look after Queen Lean Anas And Farewell Glan Cyrus I Am so Sorry Cyrus Namaste Moone Ha ha That's it That was special Quite I guess it means That our hero's power Comes from within Mature Metaphysical Man Like Mind over matter Moone My Mind Now For a Yummy Full on test It's Trashing Time This Flying With Strength And Voyager Ah This Is The True Identity Of The Masamune Cyrus I Promise To Fulfill Your Wishes This Asset Farewell Onward All Sals Liebste Avenged Spice Friend Glan Doch gut Okay Er hat Was Aus Stärker Und Wir Werden Jetzt Die Golden Origen Wegtun Und Dafür Genau Wird Sein Leben Auf 994 Weg Machen Aber Puh Ich glaube Ich kann Nicht Leben Fast alle Charakterische Angetausend Leben So Damit Hat Das Masamune Nun Seine Wartekraft Deckt Glan Ist Auch Nun Zufrieden Und Die Festung Nicht Komplett Wiederher Gestert Das Finde Ich Schade Wäre Ehrlich Gesagt Schöner gewesen Wenn Ich Jetzt Über Hingehen Könnte Könnte Aber Naja Reden wir Mal mit Den Handwerkern Vielleicht Geht es Auch Darum Weil Ich Erst Weil Ich Unten Im Keller Aufgeräumt Habe Und Oben Aufgeräumt Habe Oder Vielleicht Haben Die Keinen Bock So Aber Zumindest Das Masamune Stark Wäre Auch Echt Dumm gewesen Wenn Ich Das Masamune Nicht Ausgerüstet Hätte Mit Frog Weil Das Ganz Erster Das Ist Jetzt Haben Sie Alles Repariert Also Eigentlich Nicht So Mit Den Kisten Da Warten Wir Jetzt Aber Nochmal Bis Wir Die Uns Holen Und Das Hat Einen Ganz Netten Grund Aber Dazu Dann Gleich Mehr Geister Es Ist Nämlich Normalerweise So Das Kenne Ich Auch Mal 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 Das Muss Ich Wusste Nett Das Habe Ich Dann Irgendwann Mal Gelesen Dass Wenn Man Kisten In der Vergangenheit Nicht Öffnet Wird Der Inhalt Besser In der Zukunft Das Heißt Zum Beispiel Wenn Ihr Ein Alt Schimmel Stück Käse Habt Und 400 Jahre In Ich 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 Weiß Zauber Zauber Freigestaltet Wahrscheinlich Wahrscheinlich Alle 400 Jahre Genau Alle 400 Jahre Spawn Nämlich Ein Neuer Gegner So Und Es Geschafft La Pist Ist Auch Mal Geil Dass La Pist Er Ist Ja Sehr Sinnvoll Das Item Was 200 Leben Immer Dazu Gibt Wenn wir Zack Frog In der Party Hätten Würden Wir Das Wahrscheinlich Auch Öfters Nutzen So Damit Haben Wir Also Isla Psych Quest Ich Glaube Isla Hat Keine Richtige Psych Ich Glaube Das War Nur Dass Wir Eine bessere Rüstung Haben Können Ich Glaube Das Ist Alles Was Bei Die Haben Wir Geholt Bei Frog Haben Wir Jetzt Hier Das Muss Munde Verstärkt Das Ist Seine Psych gewesen Robo Ist Eh Klar Luca Ist Auch Klar Mages Ist Klar Dann Haben Wir Jetzt Im Ende Fact Nur Noch Marley Side Quest Bevor Wir Uns Dann Zum Black Omen Stürzen Theoretisch Könnt Man Jetzt Schon Mit Lavas Aufnehmen Aber Ganz Herz Wir Nehmen Alles Mit Wie Gesagt Also Die Quest Von Marley Da Bin Ich Mir Jetzt Auch Unsicher Ob Ich Schon Mit Machen Lange 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 Hier Wurde Mal Gespielt Haben Bin Ich Mal Unsicher Ich Weiß Frogs Bin Ich Aber Hat Sie Auch Keiner Mühe Gegeben Das Bis Auf Zupäppeln Okay Ein Elixier Das Ist Schon Mal Sehr Schön Und Nova Armour Okay Super Powered Erüstung Ganz Herz Auf Nichts Cool Das Mein Gold Start Hier Dafür Hat Es Doch Mal Gelohnt Weil Da Bin Ich Doch Im Jahr 2300 So Ewig Plan Was Rum Gelaufen Nur Dafür Hat Es So Siren Was Siren Ist Carly Blade Okay Wir gehen Mal kurz In den Keller Vielleicht Hat Sich Ja Da Mal Verändert Schön Wenn Man Das Grab Dass Wir No Mal Hier Syrus Getroffen Haben Und Das Hängt Grab Hier Ich Muss Jetzt Sagen Also Von Den Charakteren Ich Meine Lieblings Charakter Ist Frog Also Ich Nicht So Die Super Emotionale Härte Wie Zum Beispiel An Final Fantasy 6 Was Ja Kurz Davor Erschieden Ist Und So Was Wie Celesta Das Ist Natürlich Schon Noch Ein Stück Besser Aber Ganz Herz Auf Die Charakter Sind Alle Sehr Sympathisch Sehr Charismatisch Und Schön Dass Sie abgeändert Hat Aber Von Den Charakteren Die Sind Frog Mein Lieblings Charakter Ich Finde Er Sehr coole Hintergrund Geschichte Ist Auch So Ja Dieses Übernatürliche Wesen Das Ist Ja Auch So Wenn Man Mages Tötet Dann Wird Cyrus Verzeihung Dann Wird Cyrus Aber Dann Wird Glenn Wieder Zu Ein Menschen Und Bleibt Auch Ein Mensch Aber Dafür Hat Man Interessen Und Mages Wie Gesagt Auch Von Böses Er Hat Dasselbe Ziel Und Deswegen Kann Ich Ganz So Verurteilen So Dann Mein Freund So Im Endeffekt Glaub ich Ist es Jetzt Nur No Black Omen Das Ist Eklat Das Ein Objekt In Middle Age Sparkle Like Rainbow Also Im Endeffekt Haben Wir Dann Nur Noch Die Rainbow Shell Und Wo Ich Weiß No Ich Weiß No Rock Raus Auch Wenn Es Über Pause Super Mages Reihen Wir Haben Den Viel Zu Wen Die So So Dies Embark Nein Nicht Dies Bad Falsches Dies Bad Dies Bad Aus Dieser Zeit Wir Reisen Jetzt No Mal Ins Jahr 1000 Wollen Uns Ja Das Grab Hier Anschauen Das Ist Eh Klar Von Thomas Der Hier Die Rainbow Shell Gesucht Hat Und Ich Denke Mal Da Müssen Wir Jetzt Ein Grab Suchen Das Haben Wir Wahrscheinlich Vorher Schon Gesehen Gehen Dass Wir So Sie Eine Davon Gewesen Warte Schon Richtig Hier Cool Schön Fällt Mir Auf Dass Die Übereinander Links So Da Müssen Wir Nicht In Eine Mini Map Wird Schön Gewesen So Da Will Ich Auch Nicht Da Sind Die Mystics Manche Du Kannst Übrigens Wieder In Die Stadt Zähne Also Zwischen Sollten Die Mystics Da Nett Sein Die Fähre Haben Wir Auch Nie Genommen Ich Glaube Ich Hab Die Fähre Noch Nie Genommen So Genau Und Hier So So Hier So Grab Sein Denke Ich Jetzt Mal The Great Avenger Tomal Divine Rheind Wrist Here 6 Ditter 6 Ditter 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 6 6 Ditter 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 6 6 6 Ditter Ditter 6 Ditter Maxi Long Time No See I Have Located The Rainbow Shell To The North West Of This Cape Is A Large Island Called The Giant's Claw You Can Find The Shell There Zum Ersten Mal Wird Mir Auf Eine Map Gezeigt Wo Ich Geil But Beware There Are Many Beasts About Time To Show Auf Wiedersehen You Guys Are A Riot A Minute See You So Man Is Is Klang So Er So Direkt Danach Stirbt Aber Immer Hat Er Hier Noch Satte 34 Jahre Gelebt Nachdem Wir Das Letzte Mal Getroffen Haben Immer Noch Viel Zu Wenig Aber Immer Etwas Hat Er Noch Geleistet Und Wir Werden Sein Vermächtnis Waren Und Die Rainbow Shell Uns Holen So Theoretisch Müssten Wir Doch Jetzt Hier Treffen Wenn Er Hier Auf Der Suche Nach Dem Es Nach Der Ist Oder Naja So Warte Mal Bevor Wir Reingehen Zack Siren Okay Das Waffe Für Sie Irgendwas Silver Start Das War Das Hier Halb So Vier Kostet Es Wäre Natürlich Auch Praktisch Für Mages Aber So Okay Dann Hol Mal Die Thomas Crumpled Note Those Halls What If I Jump Into Them On Purpose Yes I Start Back At The Beginning And And Huh Das Ist Doch Das Ist Von Den Reptiles Das Ist Doch Asal Thron Okay Hier ist Diabolische Meister Warte mal Das Wich Mit Mages Magen Kann ich Das Nicht Mit Mages Magen Ja So Ist This The Tyrant Lair This Must Have Been Passed Underground When Love Fell To Earth Prehistoric Castle Besonders Gesprächigste Oder So Und Dinos Haben Wir Wieder So Dann Ist Es Aber So Sehr Gut Dass Wir An Den Werten Jawohl Dann Ist Sehr Gut Eigentlich Dass Wir Mages Mit Genommen Haben Aber Ganz Sogar Den Großen Grimoran Du bist Einfach Er Ist Einfach Super Partner Er Muss Gar Nix Mehr Leeren Einfach Nur Da Sein Einfach So Eine Super Tacke Spam Das So Hier Haben Wir Zu Kurz Die Strickleiter Dann Müssen Wir Wieder Hoch Dabei Der Thronraum Schade Dass Wir Nicht Auch Im Thronraum Schon Der Boss Weiters Jetzt Müssen Wir Erst Mal Bisher Uns Umschauen So Jetzt Sicher Ausnahmsweise Nicht Mit Maxi Bänden Ich Möchte Schauer Er Hat Ja Auch Lightning 2 Und Das Ist Natürlich Sehr Gut Wenn Wir Wieder Gegen Dinos Kämpfen Müssen Weil Wisst Ja Das War Wenn Sie Elektrisiert Sind Mal Wir Schauen 20 Schaden 30 Schaden Wann Immer Noch Der Beste Satz Als Wir Ins Speck Gebracht Haben Von Dem Kann Ich einzige die es versteht dann haben wir echt nicht die beste party hier ausgerüstet gerade aber er macht echt gut schaden und nach der gute zyklone aber schon lange war eingesetzt also ganz herzhaft würde so mal jetzt wirklich richtig gut schauen da haut er noch stopp auf die gegner ja wieder besser aber nimm mal bitte die gegner ein aber das auch ultimate schaden die einfach aufsaugen voll fies man so la la leute aber ich würde sagen bevor wir sind sie noch weiter umschauen machen jetzt erst mal einen kleinen cut und beim nächsten mal geht es dann weiter mit lesbegrunner trigger bis zum nächsten mal wir sehen tschau